Es ist eine wahre Idylle. An dieser Stelle fließt die Isar in die Donau. Und nur ein paar hundert Meter weiter, gleich hinter den Isarauen, liegt Isar-Münd. Die sieben Parteien dort haben sich jetzt mit dem Wasserwirtschaftsamt und der Gemeinde Moos nach rund eineinhalb Jahren geeinigt. Sie werden wegziehen. Das sind zwar jetzt eigentlich in meiner Brust wieder Schlangen. Ich bin froh auf der einen Seite, dass das alles so reibungslos jetzt eigentlich geklappt hat, ohne diese große emotionale Aufgeregtheit, die man ja auch hätte haben können. Und auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen mittraurig mit den Anwohnern, die hier jetzt ihr Heimat eigentlich verlassen. Die Familien werden für ihren Verlust entschädigt. Ein unabhängiger Gutachter schätzte die Anwesen, in die teilweise erst vor kurzem noch kräftig investiert worden war. Und auf Grundlage dieses Schätzwertes nahm der Freistaat schließlich die Verkaufsgespräche auf, die sicher nicht immer einfach waren. Deshalb wollen sich die Bewohner selbst auch nicht in der Öffentlichkeit äußern. Wer verlasst seine Heimat, wer verlasst seine Häuser, die jetzt wirklich in vielen Jahren wieder liebevoll hergerichtet worden sind, dann geht keiner gern weg. Und dann brauche ich eine ganz klare Perspektive für die Zukunft, wo ich weiß, da kann man wieder was aufbauen. Und in allererster Linie, glaube ich, spielt es eine große Rolle, dass man natürlich auch für die Kinder eine Perspektive hat. Es sind viele Familien da, die auch Kinder haben und die auch sagen, was kann ich meine Kinder da hinten bieten und was kann ich ihnen vielleicht mit einem Neuanfang bieten. Das ist, glaube ich, auch ganz ausschlaggebend gewesen. Die Perspektive heißt für die Isarmünder Moos. Bis auf zwei wohnen künftig alle am Ortsausgang von Moos Richtung Sammern. Der Freistaat erhält 10 Millionen Kubikmeter Überschwemmungsgebiet, durch das auch die Unterlieger an der Donau geschützt werden. Die Anwesen werden dann dem Erdboden gleichgemacht. Nur was mit der Kapelle geschehen soll, ist derzeit noch unklar. Der Bürgermeister würde sie gerne in die Nähe der Umsiedler versetzen. Ein Stück Isarmünd könnte damit den Start in der neuen Heimat ein paar Kilometer weiter erleichtern.